Ich möchte gerne Erfahrungen weitergeben, die ich mit dem Zentrum für Geistiges Heilen in Roth gemacht habe. Vor vier Wochen war ich mit einem älteren Mann hier, der große Gehprobleme hatte und nach der Behandlung ging es ihm wesentlich besser. Er konnte sich eigenständig weiter bewegen. Aber das war ja eigentlich nicht das, was ich erwartet habe. Und zwar hatte ich ein kleines Wunder, was mir dabei geschehen ist. Ich war zu passiv dabei. Ich habe interessanterweise so gesehen, wie Heilung erfolgt. Und am nächsten Tag habe ich die Erfahrung gemacht, dass ich mit dem Auto unterwegs war. Und dann hat mich eigentlich irgendwas irritiert. Und unfassbar konnte ich auf einmal Autokennzeichen, konnte ich wieder deutlich sehen, Markierungen konnte ich wieder wahrnehmen. Und was war geschehen? Ich konnte wieder richtig sehen. Zur Vorgeschichte muss ich sagen, ich hatte ein linker Auge, hatte ich einen grauen Stad, er wurde behandelt durch Operationen, wurde mir eine Linse eingesetzt. Die Ärztin sagte damals, das rechte Auge hatte auch schon 30 Prozent. Und seit Januar verschlechtert sich mein Bild immer zusehendst. Ich musste also damit rechnen, dass ich in der nächsten Zeit wieder eine neue Linse bekomme. Und wie gesagt, ein Wunder, ein Wunder ist geschehen. Durch dieses Zentrum für geistliches Heilen, jetzt kann ich wieder gut sehen. Also ich bin ganz begeistert. Ich bin ganz begeistert.